hallo und herzlich willkommen zurück bei mycraft sky factory 3 und ich glaube mein anfang bei nupsi ist nicht mit dabei aber ist egal doch ich glaube schon aber ja ganz brutales tier wie ein glashuhn das glashuhn sieht aber geil aus also das war das und das und das oder so der hat schon direkt angefangen hast du gesehen also das glashuhn sieht ja irgendwie geil aus was hat er denn jetzt da so wo seid ihr da ihr seid aber alle schlecht machen wir ruhig noch mehr davon ist nicht so schön jetzt noch wir haben auch schon wieder keine körner machen wir das so electrical steel der müsste jetzt hier hinten ausfallen wunderbar noch fünf minuten wir haben überhaupt noch die ganzen scharfen schweine und so weiter ich weiß nicht doch die werden wir bestimmt noch verwursten können pass mal auf nächstes wochenende dieser dieser müsste doch fertig sein wunderbar dann haben wir doch jetzt alles oder der monster 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 xxl spawner was ja geh mal hin echt kannst du mal hingehen du bist einfach mal hin okay die müssen wir uns noch kräften auch doof wenn er die jetzt kräften willst und die fallen immer automatisch da hinten rein und dann fängt alle an was andere draus zu machen gib mir mal das gib mir mal das und hier brauchen wir dann das die fallen ja immer weiter runter hier hört ja gar nicht auf ja das ist da geht was ich wollte noch mehr davon haben brauchen kupfer also ist unglaublich was wenn du die im vanilla wenn du so ein ding im vanilla baust dann kommt da glaube ich nicht so viel raus manche sterben aber auch beim direkten runterfallen oh ich habe ein zombie kopf und creeper kopf und skelett kopf kannst aber jetzt nicht mehr gebrauchen du hast ein zombie kopf gekriegt schön ja ja werf ihn hier in die habe ich die reingepackt warum auch immer ich weiß es nicht wieso die köpfe allgemein ja redstone ich hole mal ein bisschen das ist ja jetzt nicht mehr ganz so spack was ist das denn hier eigentlich fledermaus ist noch ja guck dann fallen die auch schon da raus so jetzt der letzte kopf hin und dann brauchen wir jetzt auf jeden fall ich kann mich erinnern quads und perdi ist ja jetzt der quads verursacher davon brauchen wir achso ja neun mehr weiß jetzt nicht mehr glas und halbe schön neun glas achso neun glas und neun halbe was ich brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht achso juck achso brauchst du mal wieder quads zwei drei ihr macht jetzt ein diamant hunde nein ihr macht jetzt ich brauche das ist gold tun machen du kommst weg ist ja glas scheiße so wie wie ging wie ging dieses glas scheiße seid ihr alle schlecht wie komme ich jetzt an dieses rezept hallo fuß gott ihr seid alle schlecht du bist am schlechtesten alter ich brauche quads echt jetzt drei viel quads vier vier ja zwei haben wir noch ein der steht auf quads dauern Period Klappt das jetzt? Ja, diese Solarzellen Da ist Quarz drin ohne Ende Wie scheint Unsere Erdekiste ist fast voll, Paddy Oh, das ist gut Oh, das ist ein gutes Ding Drei Stück, schön Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele wir davon brauchten Zwei jeweils Fünf harmbar Sechs hätten wir gerne So auf die Schnelle kam ich jetzt nur mit sieben hier an Ja, im Moment habe ich genug Danke Jo, gerne Brauchen wir später sicherlich auch noch mehr von Aber für den Moment Da war ja ein ganzer Sack noch drin Von daher Sieht es erstmal ganz gut aus Jawohl Die werde ich alle erstmal dahin flanschen Scheißegal Hauptsache das Ding arbeitet erstmal automatisch Weil wir ja noch einen zweiten dahin bauen werden Brauchen wir sowieso Stromüberschuss Mach ich doch einfach so, ne Und jetzt arbeitet er auch Am besten nochmal drei Guck mal Ich wollte auch gerade fragen eigentlich Ob du das Redstone überhaupt brauchst Aber ja Das ist ja doch ein H genutzt Was? Scheiß Okay War ein Versuch wert Wasser Bist du einmal noch? Sorry Dann müssen wir Müssen wir das mal eben so machen Der Dünger verbraucht sich auch gar nicht mehr so schnell wie die Kacken Quarz Ich brauche Quarz Ich brauche Quarz Jetzt doch Ja Es hat sich einiges geändert Ich brauche mehr Solarzellen Wo war denn? Gerade nicht irgendwo noch Quarz 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 Ich habe es rausgenommen, ne Oh, hier ist Sand Oh, wir haben drei Enorit-Kristalle Nice Und auch drei Hoch Und auch drei Emerit-Kristalle Das ist auch nice Zwei Weißt du was? Ich bin mal richtig dekadent Ich mach das jetzt mal Wo ist dein Wo ist dein Huhn? Dein Quarz Hier Warte mal Wo ging das denn? Hier ist ein Dreier Achso Warte, was ist denn hier los? Ach, das kriege ich gar nicht hin Warum ist hier nur ein Quarz Und warum wird das Zeug von dem nicht automatisch aufgesammelt? Warum sitzt das nicht in so einem Käfig drin? Damit das Zeug automatisch aufgesammelt wird Oder irgendwie anders Warum hast du nur ein Quarz hohen? Was? Was redest du denn da? Warum hast du nur ein Quarz hohen? Guck dir das doch mal an Das sind doch alle hier Wo? Das sind alles hier Netta-Höhner Quarz hohen Quarz Quarz Die Kiste ist voll hier mit Eiern und sonst was Da kann gar kein Quarz reinkommen Ja, die legen schneller Als ich hier die ganze Zeit Das immer leer machen kann Was? Was? Was haben die denn überhaupt Für eine Qualifikation, die Hühner? Die sind doch nie gerne neu Ich hab einfach Erstmal ein Vier Damit du überhaupt was bekommst Ich glaub Gain Gain ist wahrscheinlich Am wichtigsten Weil das bedeutet quasi Gain ist Wachstum Grow ist Wachstum Ganz oben steht Wachstum Das zweite ist Ertrag Und das letzte Stärke Genau, Gain Stärke ist das wichtigste Deshalb sag ich ja Gain ist Der Ertrag Und der ist wichtig Ja, aber die sind alle Halt nie gerne neu Ich muss erstmal Geile Netayuna machen Aber die legen einfach Keine geilen Eier Ja, du musst die einzeln halten Nicht mit anderen zusammen Das ist doch Kacke Einzeln in so einer Kiste Ohne dass ein anderer Thun gegenüber sitzt Ah So Das können wir ja mal machen Das heißt Ich muss ja eigentlich Jetzt nur die Red Stones Hier rausholen Ich habe keine Aber die kann man Ich habe keine Axt So eigentlich nicht Können wir ja machen Pushen wir die jetzt alle hoch Die Quarz-Jühner hier Genau Ich habe die schon Immer gepredigt Einzelnen halten Erstmal Die hängen da alle mit den Anderen zusammen Weiß ich nicht Stellst du dir so Einzelnen auf Jetzt brauchst du Brauch ich so ein Netz Du hast ja so ein Netz Da kannst du die hier rausnehmen Und da rein Ist das jetzt nicht schon einzeln hier so Ja Ja theoretisch ist das auch schon einzeln Das stimmt Ja guck Den Rotz hier weg Das ist auch ein Scheißei im Endeffekt Weil jetzt gerade brauche ich nur die beiden hier Das Gold und Blas Oh Quarz Ähm Was hast du Orange hier Weiß ich nicht Das ist alles Rotz Was können die Das sind ganz normale Redstone hier Weg Haben wir Ähm Orange 3 2-3-3 Orange Brauchst du das? Ähm Nö Das ist nur von der Stärke her ein besser Aber zumindest wäre es ein besser Ist egal Ähm Können wir auch vielleicht ausbrüten Hier Zack Weil du hast ja sonst noch nicht mal eins da drin Ne Die anderen beiden schmeiß ich weg Wo legst du eigentlich überhaupt deinen ganzen Rotz hin Wenn du hier so hast Davon brüten wir gerade eins aus Brauchst du auch nicht mehr Oh die sind alle weg Müssen wir davon nur öffnen Mh Also bisher ist ja am wichtigsten Ähm Für dich jetzt allgemein Quarz Diamant und Redstone Ne Ja Diamant haben wir ja eigentlich erst mal Redstone ist jetzt auch nicht so spack Quarz ist im Moment halt sehr interessant Soweit ändert sich natürlich auch immer wieder mal Ne Immer das was man gerade braucht Patty Immer das was man gerade braucht Also jetzt gerade ist es Quarz Gut 34 ist gut Und links hat auch mal da rein Ach Was ich machen wollte Für Patty So habe ich den Leiter wieder Oh Oh Änderungen. Ach gut, da wollte ich hin. Damit wir da ein bisschen Zugang kriegen, ne? Oh, I know. So, dann geht das wenigstens ein bisschen schneller hier mit den Eiern. Oh, der ist gut. Gut, das wird ausgebrütet. Und das hier kann weg. Welche Stufe hatten das jetzt? Kann man die nicht sehen. Da war auf jeden Fall schon drei. Okay, ja, da habe ich hier noch zwei Dreier. Ja, kannst du dann ein zweites von machen. Erstmal, dass wir ein bisschen Quarz kriegen. Und ihr wollt einfach keins legen, ne? Nö, bisher nicht. Ja, wenn du die gegeneinander machst, dann paasst du die, ne? Dann kann da alles Mögliche rauskommen. Aber wenn die erstmal auf einer hohen Stufe sind und du paasst die dann, dann wird das neue Huhn auch eine hohe Stufe haben. Von vornherein. Und du brauchst das neue Huhn nicht extra wieder leveln. Deshalb sage ich, erst leveln, dann paaren. Ja, 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 jetzt, jetzt und nachhinein, so zum Schluss, jetzt habe ich es verstanden. So, Glas Huhn muss mit Gold Huhn. Bis hast du nachher Milliarden Hühner, die du da irgendwie leveln willst, das ist natürlich dann, ja. Brauchen wir sowieso noch ein bisschen. Achso, du brauchst 16. Nee. Nee. Was? 12 sollten doch reichen, ne? Wandert nicht jeweils 4? Irgendwie. Warum hat der das denn gerade nicht gemacht? Hä? Für Silikon, Silikon einfach nur einschmelzen, glaube ich, ne? Oder wie war das? Echt. was? Was? Ja. 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 macht er hier nicht, oder? okay dann geht es da drin nicht brauchen wir ja eh noch was von ich weiß nicht mehr was da in die mitte kam ich weiß es nicht mehr okay okay das ist doch perfekt, 6 Glas außerdem brauchen wir noch mal neun silikon dafür ich schwör das ist silikon was du meinst ach guck mal mehr bräuchte dann gar nicht, ich brauch doch gar keinen nein scheiße da hab ich mir mit dem anderen vertan nein jetzt hab ich das verbraten für nüsse bei mir steht da silikon ich weiß nicht wieso vielleicht warum liegen hier diese ganzen eier rum sandchicken claw mit lehm brauchst du lehm? ne ich brauche ich brauche ich brauche habe ich nicht was hast du denn hier auch wieder ein dreier ja die müssen erstmal ausgebrütet werden ne eins zwei sechs drei vier schön ich mir zu wenig und hast du nicht hast du nicht so eine extra Ausbrütstation für die kleinen Hühner für die kleinen Hühner für hier ja da musst du aber so ein Ding rein stellen ach da ist ja so ein Ding drin da musst du aber Körner reintun da sind keine Körner drin die fressen dazu weg ja dafür sind sie ja nun mal da ich komme gar nicht aber die sind alle schon ausgewachsen hier ja ich habe jetzt wegen der wegen Sortierung habe ich jetzt auch die anderen da mal eben reingesetzt so das heißt ihr könntet eigentlich raus ach das ist ein Glashuhn ein Glashuhn hatte ich auch noch nicht gesehen das ist ja abgedreht haha schön Eisen ich brauche mehr Gehege ehrlich wenn die nebeneinander stehen Paddy ja dann paaren die sich auch so ja deshalb habe ich die mit Abstand hingestellt achso ich meine das sind jetzt hier ja die gleichen da weiß ich nicht wie sich das da verhält keine Ahnung da war gerade eins mit einer 4 also aber nur in Stärke ist jetzt nicht ganz so relevant naja jetzt gerade sind sie jetzt eigentlich hier die nähter Hühner sollen erstmal nur leveln die redstone Hühner sollen nur leveln der Glashuhn muss eigentlich gar nicht leveln ich bräuchte mehr Gehege technisch müsstet ihr einfach da laufen weil ich euch hier jetzt einfach nicht gebrauchen kann ne bei dir darf man hier echt nicht durchlaufen denn da hat man sofort das Inventar voller Rotz das ist nicht normal es ist nicht mehr feierlich dabei sind die schon alle eingesperrt oh ach ne das redstone warum warum ist hier ein redstone Ei drin weil da vorher vorhin noch redstone Hühner drin waren ja wenn du die Sachen dann nicht vorher raus nimmst dann könnt ihr natürlich keine neuen da reinlegen ne oh die Hühner sind fertig hast du die jetzt schon ja guck mal sieht doch schon viel besser aus jetzt bräuchten wir nur noch Fütter für die Fütter Fütter für die Jungs ich geh mal einmal ein bisschen was zu essen für die holen ein bisschen was zu essen für die holen warum das nicht im Vanilla Minecraft geht das verstehe ich nicht was ich hier gerade mache ich letztes nur ausprobiert geht nicht total doof hier sind Hühner wo die nicht hingehören wollte ich dir wahrscheinlich sagen diese Lärmfernweg die habe ich da jetzt alle gerade hingepackt die habe ich da jetzt alle gerade hingepackt so hier essen für euch was ist das denn Gold Goldhuhn ist fertig Goldhuhn hat irgendwie nur ein Auge das sieht doch gar nicht so goldig aus essen die das jetzt irgendwie essen die da gar nichts von warum eigentlich irgendwie essen die da gar nichts von 12 Minuten ihr habt doch da essen geht doch da dran 14 Minuten gehen 3 gehen 3 oh du musst einen Feierabend machen ja dann ja dann stelle ich mich auf den Huhn dann würde ich mal jagen vielen Dank fürs zuschauen Däumchen beim Träumchen und ich hoffe ihr schaut auch wieder bei der nächsten Folge zu wenn es heißt Hühnerkreuzen leveln wie auch immer Jo von mir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss